Also, auf Opa hab ich immer einen Ständer. Digga, die sind Nippel. Mein Niche, ja. Wenigstens hab ich keine, Alter. Ich hab Augen als Nippel. Guck mal, du kannst die ausziehen. Oh, ich weiß, dass du drauf stehst, Danny. Auf ihre geilen Füße. Guck sie dir an. Sie stehen richtig auf dich. Du siehst genauso ähnlich aus mit deinen steifen 10-Meter-Nippeln, Alter. Weißt du, wer die abknabbert? Sie. Sie wird deine Nippel abknabbern, richtig. Ich kann an ihrem Schwanz ziehen. Danny, hier kommt das Naso. Du kannst an ihrem Schwanz ziehen. Genau ins Fenster eingelogt, Digga. Guck, du kannst an ihrem Schwanz ziehen. Du kannst sie richtig foltern jetzt, Alter. Hier, mach noch die Beine breit. Hier. Ich glaub, die will was von dir. Was ist so... Juck, ey. Hä, wo bist du? Da ist Sandy genannt. Wo soll ich sein? Könnt ihr lieber raus, wo Sandy ist nicht, dass sie noch komplett ausgezogen wird? Was? Juck, ey. Nein, ein Bomber! Digga, Alter! Juck, das geht mit Opa ab. Mit Opa, alles gut? Ihhh. Opa und Flashbacks. Alter, Ihhh. Was ist das? Das ist Perla, Digga. Die fliegt wie so ein Luftballon runter. Was die fett ist. Schon mal daran gedacht. Nein, weil die nur Helium im Kopf hat, hätte. Ich krieg die nicht mal hoch, Digga. Ich kann die nicht aufheben. Digga, heb du die mal hoch. Alter, was geht mit Opa ab? Scheiße, scheiße, scheiße auf Opa, Digga. Versuch mal, Perla hochzuheben mit einem Ruck. Opa, alles gut. Digga, nimm mal Perla auf den Kopf hoch, Alter. Wenn du die auch... Alter, das... Okay. Was ist mit der? Warum können wir die nicht? Die ist so fett. Ich krieg nicht mal den Kopf richtig hoch. Das war zu zweit. Zu zweit geht's bestimmt. Ja. Zu zweit geht's super. Opa. Opa hat Flashbacks. Digga, was ist mit ihm? Opa, bleib stehen. Opa, ich hab hier deinen allerbesten Freund. Ich hab hier deinen allerbesten Freund, Opa. Perfekt. Was ist mit ihm? Opa. Opa, alles gut. Opa, aua. Aaaaa. Digga. Kannst du den mal vielleicht retten? Ich will den nicht retten. Bitte. Der braucht Hilfe, Alter. Der braucht ärztliche Hilfe. Es fällt ein väter Mann vor mir, ey. Alter, wer ist er? Oh nein. Oh nein. Er ist der fette Mann, der die Rabbids pickt. Digga, Opa, was ist mit Opa los? Oh, Opa, hier nimm die Rabbids zum Kuscheln. Warte. Du musst den Schaukel aus ihm machen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Okay. Warte, warte, lass los, lass los. Ich heb ihn. Ich heb ihn. Komm, Opa, in den Himmel. Boi. Mit Flachfresser auf dem Ding, Alter. Oh nein, die Rabbids. Die machen Staring-Contest. Die Rabbids. Digga, guck mal Rabbid von vorne an. Alter. Also, ich glaub, der hält den Augenkontakt nicht mehr so gut. Opa. Alter. Wir haben Opa verblindet, Alter. Heißer Mann hat Opa ne Brille auf. Er hat schon die ganze Zeit ne Brille auf. Aber ich glaub, die hilft ihm auch nicht mehr. Nach diesem brutalen Schuss. Lass Rabbids aufeinander reiten, lass, Alter. Das ist zum... Nein, Opa. Guck mal, Digga. Opa, mach mal Platz. Opa. Opa, nimm mal dein Schwarz aus dem Gesicht. Warum sind dir so viele Rabbids im Schatten versteckt? Oh, voll... Kindermischhandlung! Schöne, du... Aua. Nein! Der Rabbit wird nie wieder nach Haus kaum leben. Alter. Digga. Was hat der für'n Arsch? Kinder. Alter, was tust du mit ihm? Viele Dinge. Die haben mir nicht gefallen. Das ist mir zu scary. Okay, komm noch mal rein. Diesmal wirst du dich nicht erschrecken. Alter, Digga. Dich, ich sehe bloß diesen... Mann! Diesen roten Laser. Ich dachte, du siehst mich nicht mehr. Guck mal raus, guck dir das mal an. Guck dir mal Opa an. Ich bin die Luftbauer geplatzt. Ihh, was bist du, Digga? Komm mal, guck dir mal Opa an. Ich bin die Luftbauer geplatzt, Digga. Ich bin die Luftbauer geplatzt, Digga. Ich bin die Luftbauer geplatzt, Digga. Komm mal mit. Guck mal. Irgendwas ist mit ihm los. Wo? Hier. der nein der andere hier lasst die sponges guck mal opa an aber die kinder von opa die enkelsöhne guck mal opa an was ist mit ihm komm mal was mit opa los ist wie doch hier guck opa an ja ich guck opa an aber ich muss erst mal die kinder los werden guck mal opa an jetzt du kannst die nahe besandeln guck jetzt opa an ok der yoga profi der spiderman be like nein die rabbi nein die rabbi der eine der eine rabbi darin ist übrigens verschollen jetzt so ja 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 ja